Heidewitzka, hier ist Shoki Banoki und ihr seid gelandet bei Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Till von Till und sein Vlog und wir haben heute den 12. August und am 12. August haben wir auch ein Geburtstagskind und das ist Pete Sampras. Pete Sampras. Kennst du noch Pete Sampras, den alten Tennis-Haudegen? Nur vom Namen her. Nur vom Namen her, es gab ja auch damals den alten Witz, der war ja auch sehr erfolgreich, Nummer 1 und sowas ganz lange. Da hat man gesagt, Pete Sampras hat Windeln gewonnen. Aber du hast am 12. August noch ein anderes Thema, das du sprechen wolltest, das dir sehr am Herzen liegt? Natürlich, es geht wieder um ein Herzensthema von mir und zwar 2004 war es und endlich, endlich haben sie es geschafft. Schweden hat 9 Millionen Einwohner. Achso, seit 2004 haben sie 9 Millionen Einwohner. Ja, wurde ja auch Zeit. Das wurde echt Zeit. Ist ja so viel Land und keine Leute. Ja, ist auch so viel. Kaltes Land. Ja, oben ist kalt. Warst du schon mal in Schweden? Ja. Ja. Wie oft? Einmal. Wo? Nicht ganz so weit oben. Also unten in Malmöhe oder was? Ja, ich war als Kind da, keine Ahnung, wo ich da war. Ach so. Ja, ich war in den letzten Jahren mal da. Ich war ja oben am Polarkreis, da bin ich unterwegs gewesen. Hast du Polarlichter gesehen? Nee, aber es war, na, wie heißt das denn? Kalt? Nee, dunkel. Nee, hell. Hell war es. Hell war es. Andersrum. Es war nicht dunkel, sondern es war hell. Also es ist komisch, wenn du nachts um 12 Uhr aus dem Fenster guckst und es ist noch Tag hell. Ja, damals war dieses Midsommer oder irgend sowas war in diese Richtung. Und dann war ich auch mal in Mittelschweden war ich dann auch mal und Südschweden auch mal, aber eigentlich mehr so Jäwele, da wohnt ein Kumpel von mir in Jäwele. Hallo Peter! Oh, komm, ist egal. Ja, was gibt es noch am 12. August, genau? Am 12. August ist auch noch Internationaler Tag der Jugend. Ja. Jetzt guckst du blöd, ne? Leck mich fett. Ja, guck mal. Jugend ist ja bei dir schon länger her. Ja. Nicht so lange wie bei dir. Ja, wollte ich gerade sagen, kann man sich auch selbst ins Knie schießen, bei solchen Aussagen, ja. Aber du hast auch noch mal eine Sache, die dir am Herzen liegt. Ja, es ist noch länger her als deine Jugend und zwar war es 1898. Während dem spanisch-amerikanischen Krieg hat Amerika Hawaii annektiert. Ah, Hawaii. Genau, also quasi den 50. Bundesstaat. Und einfach so weggekremmt. Ja. Ja. Verstehst du? Jetzt überleg mal, es wäre noch spanisch. Was wäre dann? Ja. Es wäre dann wahrscheinlich so wie Mallorca. Wir würden da alle im Urlaub hinfliegen. Das wäre doch schön. Ja. Ja. Wenn es jetzt USA, weil es jetzt USA ist, fährst du nicht in Urlaub dahin oder was? Nein, aber die haben das so teuer gemacht. Achso, die Amerikaner. Ja. Die Schweinebacken haben wieder alles so teuer gemacht. Das liegt am Wechselkurs. Ja, das gibt es doch gar nicht. Wenn es doch spanisch gewesen wäre, das wäre toll. Dann könnten wir hier mit den Peceten noch bezahlen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Also, was haben wir gelernt? Die Amerikaner sind alles Schweine. Also, jedenfalls die von damals. Genau. Und wir haben, Pete Pampers hat Windeln gewonnen. Schweden hat seit 2004 neun Millionen Einwohner. Ja. Und, was ist noch? Was habe ich noch erzählt? Achso, ja, genau. Das ist auch ein Internationeller Tag der Weltjugend oder irgend sowas. Ja. Andersrum. Ist egal. Grandios. Das alles gelernt heute bei Shoki Danoki. Shoki Banoki New Television hat heute wieder mit der Show. Erzähl du mal weiter. Genau. Das war eure Tagesdosis. Morgen geht es weiter, wenn der junge Mann hier neben mir wieder nüchtern ist. Irgendwann merkt man das auch, ne? Das freut mich, ne? Und dann mit einem anderen Gastredner. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.